Es ist immer so schön ruhig, kissen und kuscheln und legt immer seine Arme, seine Koffel in meinen Haaren, in meinen Schoß. Ah, so süß! Und es ist so groß und schön und störtlich, sagt man nicht wirklich. So ein schöner Geist, und es stinkt gar nicht! Nein! Tschüss! So, jetzt ist es Zeit zum Mühe suchen! Hi! Wir sind in Medusa, wir sind so schön da oben. Und überall im ganzen Hof haben wir einen Saun. Das heißt, wir können sie einfach rauslassen und sie können stunden draußen sein. Und jetzt haben sie eine neue Beschäftigung. Müs suchen! Maus, Mäuse! Hier wird stundenlang flicken. Sogar, wo immer friert eigentlich, sie vergisst sich total. Auch mitten im Winter. Eins kauf ich jetzt! Minus da gerade! Sucht sie Mäuse! Findet auch! Aber ich hätte nie gedacht, dass sie so viel Gieß und dann in alle Säcke rein und die Säcke kaputt machen. Ist nicht so schlimm, aber sie macht schon nur noch. Aber sie macht so Spass. Tschüss! Wir haben noch zwei neue Babys. Schwerzig. Schreuen mich so. Schwerzig. Ich bin zuerst noch geschaut. Schwerzig. 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 Hier kommt das Bad. Ich habe zuerst noch geschaut. Jetzt so. Herr Bock! wir haben dann ist ein grosser schöne karte ist ganz ruhig ganz so jetzt zwei monaten da er macht baby ja 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 jedes jahr haben ein bock und dieses jahr haben wir ganz ein großer ruhiger ja so süß bock her und das stinkt auch nicht fest kalt an hübschen wir gehen aber nicht durch oder jetzt geht es los sind fast als wie ein film und der so schön ruhig hain bocky und der noch schön für die anderen ha mister bock tschüss guten morgen dafür vorstellen ich mein hohn ich habe jetzt sechs sekunden und die schätzt und beinen sie irgendwie gelärmt jetzt tun sie immer ein bisschen pflege ein und austragen gell und dem morgen krieg sie immer würden wir sieben stück oder so und zuerst wasser wenn ich sie hinlegen kann sie nur ein bisschen nach vorne krabbeln ich habe noch nie so etwas komisches lehrt Das ist der Tick, die man hier ist. Und das ist der Tick. Und das ist der Tick. Und das ist der Tick. Happy New Year! Das ist der Tick. Silvesta, das. Ja, jetzt haben wir einen großen, jetzt haben wir keine so viel großen. Hier kommt dann meine Schildkröte, unterwegs im Garten, ich sehe den, was Löwens sind. Das ist so schön, ich bin ein bisschen, ich habe schon zwei, sehr schön, zwei große, relativ große. Tschüss. Es ist nicht das, was wir wollen. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen. Goldeneyeye, goldenshue. Das ist goldener sound. Vielen Dank. Hi, Monday morning. Lilaia dan nakta te, akta te, akta te. Lilaia dan nakta te, anastaya day. Cheers! Aaaaaaah! Da keins verblendah war, aber da keins los. Gute! 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 Es ist Hölle, es ist so kalt gewesen und jetzt ist Himmel geworden. Paradies! Sonne und Wetter ist gut, ich habe gefrühen. Dyers Vности Mati terrified. Tänas ja. Fai ki! Ohh! Gute! Gutes, Gae, ihr lert.' Jared! Gute! Gute! Ich kann auch fortfahren. Tschüss. Mein großer Geheim. Schönen Sie Brüder? Viele Pilze, aber ich glaube noch nie so viele Pilze gibt, die mir so viel verspacht. Tschüss! Schönen Sie Brüder? Ich bin jetzt mit dem Läden. Mein Lieber Hund. Läden Sie Brüder? Läden Sie Brüder? Läden Sie Brüder? Schönen Sie Brüder? Ja, ich bin jetzt in der Hohen. Läden Sie Brüder? Läden Sie Brüder? Läden Sie Brüder? Hei, jetzt muss man schauen, wenn es die Dasil Foreigner geben wird. Freitagabend, morgen gehe ich fischen. Jetzt fahre ich Buss herum. Vem kan segla för utan wind? Vem kan röra utan oros? Puss all der Stelle! Puss und Sock! Tschüss! Hi! Streetparade! Ich gehe jetzt ins Streetparade und das Wetter ist schön! Ich freue mich! Jetzt gehe ich das erste Mal auf eine spezielle Party! Ich komme doch nicht rein unter diese Kleider! Ich bin gespannt! Ich gehe noch kurz gucken! Jetzt bin ich heute spannender! Nein, nein! Ich bin einfach gespannt, wie es ist! Vielleicht wenn es lustig ist, dann gehe ich dann anders machen! Vielleicht mit der Freundin oder der Kollegin! Tschüss! Ich komme gerade von Ecuador! Ich komme gerade von Lukas und Grüße! Ich fahre aus dem Intervillepastur! Ich komme gerade von Ecuador! Ich bin jetzt imarte Zeit, Leute für dich! Jag treintal! Das ist schön! Ich kann faste saw! dass einen anderen Ball jetzt outlet går beacon mit eurem Einst Padden ist statt. Ich komme gerade von nachmitteln! Ja, meinst du dich bei mir 우와! Wenn du die oder andere ist, ist mir fest, du bist beantfallen! Untertitelung des ZDF, 2020